Ab 2025 muss jede deutsche Webseite barrierefrei sein und wie das genau aussehen soll, da ist das neue Gesetz recht schwammig, deswegen klären wir als erstes mal, was ist Barrierefreiheit überhaupt im Internet. Unter Barrierefreiheit im englischen Sprachraum auch Accessibility, Englisch für Zugänglichkeit, genannt, versteht man, dass die bauliche Umwelt und Technologien, aber auch Webseiten von Menschen mit Beeinträchtigungen ohne zusätzliche Einschränkungen genutzt und wahrgenommen werden können. So wie höhengleiche Einstiege bei Bussen und Bahnen nicht nur Rollstuhl fahren, sondern allen zugutekommen, profitieren auch normale Nutzer von zugänglichen Webseiten. Zugänglichkeit bedeutet, dass die Bedienung einer Webseite nicht an besondere technische Voraussetzungen oder menschliche Fähigkeiten gekoppelt ist. Ein behinderter Mensch sollte die Inhalte vollständig wahrnehmen und alle Bedienelemente betätigen können. Auch hierzu gibt es Maßnahmen und Regeln, zum Beispiel WCAG und BITV. Werden Informationen über grafische Inhalte vermittelt, dann benötigen diese ein Textäquivalent in Form eines Alternativtexts oder einer Bildunterschrift. Komplexe Grafiken sind in einem erläuternden Text zu erklären. Dies gilt nicht nur für Bilder, sondern auch für Videoclips und Filme. Information soll nicht durch ein einziges Merkmal, zum Beispiel Farbe oder Warnton, ausgedrückt werden. Ausreichende Kontrastverhältnisse der verwendeten Farben gewährleisten die Leserlichkeit von Texten. Eine Website muss auch mit Tastatur vollständig bedient werden können. Die Interpretation einer Seite muss auch ohne CSS möglich sein. Vermeide horizontale Scrollbars, denn einige Geräte, mobiles, können nicht horizontal scrollen. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Nachdem wir jetzt geklärt haben, was ist Barrierefreiheit überhaupt, versuchen wir mal noch ein paar weitere Informationen zu finden. Ich beziehe mich hier auf die Webseite SelfRatML, die Energien des Verstehens, einfach damit wir uns die Grundlagen der Barrierefreiheit mal ansehen können. Das ist so eine Übersichtsseite, die ich euch selbstverständlich in der Videobeschreibung verlinke. Wir haben gerade geklärt, barrierefrei, was ist das eigentlich? Wir kommen jetzt zum nächsten Abschnitt, Webseiten auf Barrierefreiheit testen. Wir werden diesen Bereich hier überspringen, die Sprachausgabe, das könnt ihr euch alles selber durchlesen. Wir überfliegen die anderen Punkte auch nur. Barrierefreiheit, Webseiten auf Barrierefreiheit testen. Wie schon gesagt ist das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz seit 21 beschlossen und ab 28.06.25 Pflicht für alle Webseiten mit einigen Ausnahmen. Allerdings sollte es auch so selbstverständlich sein, Webseiten und ihre Inhalte für alle Menschen nutzbar zu machen. Dieses Tutorial zeigt, auf welche Stellschrauben man achten soll und wie Online-Tools beim Testen helfen können. Es gibt hier Online-Tools und hier wird einfach auf die korrekte HTML-Syntax usw. getestet. Ich habe das mit meiner eigenen Webseite mal ausprobiert. Das ist nur mäßig hilfreich bzw. sind nicht das hier die Online-Tools, das sind die Spezifikationen. Das hier sind die Online-Tools, die nur mäßig hilfreich sind und deswegen wenden wir uns direkt dem manuellen Fine-Tuning zu bzw. zu den HTML-Ergänzungen, die hier angegeben werden. Einfach um ein bisschen zu verstehen, was ist Barrierefreiheit eigentlich oder was können wir tun auf der Webseite, um dem Ziel etwas näher zu kommen. So viel Zeit bleibt ja gar nicht mehr. Das neue Gesetz gilt für alle Webseiten-Betreiber außer für private, rein geschäftliche Webangebote. Das widerspricht sich ja im gleichen Satz. Das hier ist übrigens Golem. Sowie Kleinbetriebe mit weniger als 10 Mitarbeitern und höchstens 2 Millionen Euro Umsatz. Also private kleine Webseiten können nach wie vor auf die Umsetzung des Gesetzes verzichten. Wer weiß, ob und wann sich das mal ändert. Dann kommen wir zurück zu den Grundlagen der Barrierefreiheit im Bereich HTML. Kein Luxus, sondern Notwendigkeit ist der Alternativtext. Hier seht ihr ein Beispiel. Außerdem Sprachangaben. Mit dem Language-Attribut sollte man verwendete Sprache angeben. So kann der Screenreader die Sprache richtig wiedergeben. Dazu gibt es noch einen Hauptartikel. Seitentitel werden in der Titelleiste des Fensters oder der Registerkarte in Browsern angezeigt. Sie werden von Screenreadern als erstes gelesen und helfen den Nutzern zu wissen, wo sie sich befinden. Also Seitentitel optimieren. Skiplinks. Personen, die Tastaturen, Screenreader und andere unterstützende Technologien verwenden, können mit Hilfe von Sprunglinks schnell und einfach den Hauptinhalt der Seite erreichen. Auch dahingehend gilt es, die eigene Webseite zu optimieren. Überschriften vermitteln die Organisation des Inhalts auf der Seite ähnlich wie ein Inhaltsverzeichnis. Benutzer von Screenreadern verwenden die Überschriften häufig zur Navigation auf einer Webseite. Dann sollte man testen, ob die Webseite auch bei deaktiviertem CSS noch verständlich ist. Die Frage, kann ich die Seite mit allen relevanten Informationen gut lesbar ausdrucken? Farbkontrast ist ein ganz wichtiges Thema. Zoom ist ein Thema. Kann ich das Anzeigefenster verkleinern und die Schrift zoomen, ohne dass die Bedienbarkeit leidet? Dann gibt es verschiedene Empfehlungen für Formulare. Lichtangaben sollen gekennzeichnet werden in Formularen. Ganz wichtig, das so mal als erster Anhaltspunkt. Und dann kann man, wie gesagt, sich auch anhören, wie die eigene Webseite in Screenreadern klingt. Auch das gilt es eben zu optimieren. Und außerdem ist generell wichtig, ein guter HTML-Stil, um Webseiten zugänglich zu gestalten. Bilder im Internet sollten mit guten Alternativtexten versehen werden, in denen erklärt wird, was auf dem Bild zu sehen ist. Das gleiche gilt für multimediale Inhalte. Außerdem ist ein guter CSS-Stil wichtig. Und das alles könnt ihr hier natürlich anklicken. Wenn ich das jetzt hier alles vorlesen und erklären würde, würde das den Rahmen dieses Videos sprengen. Deswegen spare ich mir das. Hier wird nochmal genauer auf Formulare in HTML eingegangen. Barrierefreie SVGs. Das sind moderne Grafiken. Zugängliche Farben. Farbkonzept, Farbkontraste. Wie optimiert man seine Webseite, damit alle Nutzer die Inhalte besser sehen können. Responsives Webdesign. Auch ein wichtiges Thema. Dann gibt es noch Informationen zu rechtlichem, zu verschiedenen Webstandards und zur leichten Sprache. Ja, es gibt bestimmte Regeln, Schriftgrößen, Zeilenabstand etc. Es ist ein großes Thema. Es ist ein schwammig formuliertes Gesetz. Da kommt einiges auf Webseitenbetreiber zu in der nächsten Zeit. Ich wollte das Thema nur mal ganz grob anreißen. Wenn euch das interessiert, dann klickt auf den Link in der Videobeschreibung zu diesem Self-HTML-Artikel. Der ist sehr gut, glaube ich. Und dort findet man dann auch weiterführende Informationen. Ich habe euch noch zwei Beispiele für barrierefreie Webseiten. Das ist zum einen hier die BBC. Hier kann man mit Tab durch die einzelnen Artikel steuern und auch durchs Inhaltsverzeichnis usw. und so fort. Das gilt auch für die Apple Webseite. Die ist auch barrierefrei. Das wollte ich nur mal noch so by the way erwähnt haben. Und dann hoffe ich, dass ihr einen kleinen Einblick bekommen habt über barrierefreies Webdesign. Es ist ein kompliziertes Thema. Da kommt einiges auf die Webseitenbetreiber zu. Ich habe es schon gesagt. Und es ist vor allem ein Thema, über das sehr wenige Informationen gibt. Ein bisher stark vernachlässigtes Thema. Die Webseite, die ich euch am Anfang gezeigt habe, ist garantiert nicht barrierefrei. Das gilt auch für diese Webseite hier. Die wollte ich auch noch gezeigt haben. Und dann sind wir durch. Vielen Dank fürs Zusehen. Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar zum Thema. Ist eure Webseite schon barrierefrei? Abo und oder Like, wenn euch das Video gefallen hat. Glocke drücken nicht vergessen. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder. Bis dahin macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Tschüss. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020